Vor einiger Zeit fuhr ich mit dem Bus und da hörte ich, wie eine Frau zu ihrer Freundin sagte, mit ihm fühle ich mich jetzt endlich vollständig. Ich war eine lange Zeit allein, aber jetzt habe ich endlich meinen Traumprinzen gefunden. Er macht mich komplett. Und da stellt sich dann die Frage, braucht man eine Beziehung, um vollständig zu sein? Hallo ihr Lieben, es liegt ganz klar auf der Hand. Wir Menschen sind soziale Wesen, wir sind Kontaktwesen. Wir brauchen Anknüpfungspunkte in menschlicher Form, wir brauchen Nähe, auch innige Nähe und wir fühlen uns oft in einem Club von Gleichgesinnten sehr wohl. Also wir suchen gerne die Freundschaft von irgendwem und haben natürlich auch gern eine Beziehung. Und manchmal hat man das Gefühl, jetzt habe ich meinen Seelenpartner oder meine Seelenpartnerin gefunden. Bei ihr oder bei ihm fühle ich mich besonders, besonders gesehen, besonders erfüllt und vielleicht zum ersten Mal in meinem Leben so richtig komplett. Das kann man auch überall lesen in bestimmter esoterischer Literatur, finde deinen Seelenpartner. Und es gibt glaube ich sogar Agenturen, die ihm dabei helfen wollen. Websites, wo man irgendwelche Daten von sich angibt, um seine Seelenpartnerin oder seinen Seelenpartner zu finden. Oder zumindest jemanden, wenn man das Esoterische weglassen will, der mich komplettiert. Was sie als Grundvoraussetzung wie selbstverständlich angenommen wird, ist aber zu hinterfragen. Brauchen wir wirklich eine Beziehung, um vollständig zu sein? Wenn wir so denken und so hoffen und darauf hinarbeiten, in welcher Form auch immer, haben wir in uns immer noch den Glauben der Trennung. Wir haben immer noch ein Mangelgefühl und wir glauben, dass jemand anderes oder auch manchmal vielleicht eine Situation im Außen uns komplett machen kann. Das heißt, wir fühlen uns nicht komplett, unvollständig. Und das kommt daher, dass wir uns vom Ganzen getrennt fühlen, obwohl wir es in Wahrheit nicht sind. Und dieses Gefühl der Trennung, das Ego-Dasein, also das Leben in einem nur scheinbar kleinen, angreifbaren Körper, der von anderen Körpern getrennt ist, gaukelt uns vor, dass wir noch etwas anderes bekommen müssten. Entweder Zuwendung oder Nähe oder am besten einen Partner, eine Partnerin, die wir vielleicht sogar für immer an uns binden können. Denn nur so fühle ich mich vollständig. Dieser Irrglaube, nur in einer Beziehung vollständig zu sein oder nur mit einer Partnerin, einem Partner, es muss ja nicht eine feste Beziehung sein, die dauerhaft läuft, führt uns in die falsche Richtung. Verstärkt durch Gazetten und Medien und das Internet wird uns immer weiter vorgegaukelt, dass wir alleine nicht vollständig sind, dass etwas noch zu unserem Glück fehlt. Da hilft ja auch schon die Werbung eine ganze Menge, beziehungsweise sie trägt zu diesem Irrglauben bei, dass ich noch nicht komplett bin, wenn mir nicht entweder das neue schöne Schmuckstück fehlt oder die neue Socke oder ein Partner. Diese ganze Konzentration auf das Außen entfernt uns immer weiter von unserem Seinsgefühl, das schon komplett ist. Also wenn du noch in gehst und bemerkst, dass da etwas in dir hochstrahlt, eine Stille und dein Ego ruhiger wird, also deine Gedanken, dann wirst du plötzlich ein Verbundenheitsgefühl empfinden. Das kann etwas ganz Neues für dich sein. So hast du immer im Außen geguckt und gesucht und gehofft, dass noch der Traumprinz oder die Traumprinzessin um die Ecke geritten kommt. Aber wenn du davon irgendwann mal ablässt, in der Erkenntnis, dass du sowieso nichts beschleunigen kannst, als kleines Ich in dieser Welt, sondern dass es einfach hilfreicher ist, dich erstmal selbst in die Ganzheit zu fühlen, in die Ganzheit zu kommen. Du bist natürlich schon in Wahrheit ganz, aber du fühlst dich wahrscheinlich nicht so. Dann wirst du als Resultat irgendwann merken können, dass du auch andere Menschen in dein Gewahrseinsfeld ziehst oder in deinem Gewahrseinsfeld bemerkst, die auch in Richtung Ganzheit streben. Und so hast du dann Glück. Denn wenn du immer noch im Mangel lebst und denkst, mir fehlt etwas oder in diesem Fall speziell, mir fehlt jemand, dann bist du wie ein Bettler, der keine Klamotten anhat und auf einen anderen Bettler triffst, der auch keine Klamotten anhat. Und dann sagst du zu dem anderen, gib mir das, was du in deiner Tasche hast, ich kann es gut gebrauchen, mach mich vollständig. Und wenn das funktioniert, dann ist das meine Liebe zu dir. An dieser Schilderung kannst du schon merken, dass da irgendwas nicht dran stimmen kann. Wenn zwei Menschen mit einem Mangelgefühl aufeinandertreffen, können sie sich nicht erfüllen, sondern es wird noch mehr Mangel produziert. Das führt zu unendlichen Konflikten in Beziehungen, zu Eifersüchteleien, zu Neidereien, zu allen möglichen Störungen einer gesunden Partnerschaft. Aber wenn zwei Menschen aufeinandertreffen, die von sich schon der Überzeugung und des Gefühls sind, vollkommen in Ordnung und ganz zu sein, so wie sie sind, werden sie erfüllt sein können. Dann ist es nicht mehr, dass dein Gedankenmuster läuft, ich brauche noch ganz viel, zum Beispiel ich brauche ganz viel Liebe, sondern du kannst dann sagen, fühlen und auch so handeln, ich habe ganz viel Liebe zu geben, denn ich bin die Liebe, ich bin voll. Wenn ich voll bin, bin ich erfüllt, ich bin heile und ganz. Heil und ganz sind zwei verschiedene Worte für das eine. Du spürst deine Ganzheit und du weißt auch, und das ist gar nicht egoistisch gemeint oder ablehnt, dass du in Wahrheit nicht angewiesen bist auf eine andere Partnerin oder einen Partner, aber es ist natürlich schön, eine Partnerin oder einen Partner zu haben, weil wir Kontaktwesen sind. Wir Menschen sind so, wenn man uns in Isolation stecken würde, jedenfalls die meisten von uns, würden wir wahrscheinlich eingehen wie eine Primel. Wobei ich überhaupt nicht weiß, woher dieses Sprichwort kommt, eingehen wie eine Primel. Andere Blumen können ja auch eingehen, aber ist ja egal. Und um das zu verhindern, brauchen wir natürlich soziale Kontakte. Aber wir sind schon voll. Und wenn du das erkennst, ändert sich deine Haltung zum gesamten Leben. Du willst geben und es beginnt immer mehr Spaß zu machen, zu geben. Du merkst, dass du schon etwas in dir hast, etwas in dir trägst, wovon du glaubtest, der oder die andere müsste dir es erst noch geben, müsste dich kompletieren. Das ist weit entfernt von deiner wahren Natur. Denn du bist in deiner Essenz das eine Sein. Und das eine Sein erschafft alles. Es durchdringt nicht nur alles, sondern es manifestiert sich ja als alles. Und das bist du. Also bist du alles. Wenn du alles bist, wie könnte da drin irgendwas fehlen? Deswegen ist es hilfreich, wenn du eine Beziehung hinter dir hast, die nicht so toll gelaufen ist, erst mal Stille einkehren zu lassen und auf die Suche nach deiner schon vorhandenen Ganzheit zu gehen. Denn sonst würdest du wieder die gleichen Erlebnisse haben, die gleichen schlechten Erfahrungen, die gleichen merkwürdigen Partnerinnen und Partner, obwohl die natürlich jetzt ganz anders aussehen. Vielleicht du sagst, ich will nie mehr mit einer Blonden zusammen sein, die muss jetzt rothaarig sein. Oder ich möchte keinen Kontrolltypen haben, sondern einen ganz gutmütigen Mann. Oder was auch immer. Aber die Grundmuster ziehen sich ja an und nicht das, was wir im Äußeren als Attraktion, als Attraktivität beschreiben würden. Das ist auch wichtig zu wissen. Also wenn du im Inneren fühlst, ich bin nicht gesehen oder ich bin nicht gut genug oder nicht komplett, wirst du zu 100% jemanden in dein Gewahrseinsfeld ziehen als potenziell Lebenspartner, der das gleiche Gefühl in sich trägt, egal ob er das weiß oder nicht. Ich bin nicht gut genug, ich werde nicht gesehen, ich bin nicht komplett. Der äußere Hülle mag sich unterscheiden, das Innenleben ist gleich. Da habt ihr dann eine schöne Erfahrung zu machen, gemeinsam, bis irgendwann auffällt, dass man auch allein schon vollständig komplett ist. Du bist das eine Leben. Und aus dieser Erkenntnis heraus, aus dieser Fülle des Daseins, wird sich das für dich ergeben, was sich für dich ergeben soll. Aber die Konflikte hören auf, das brauchen wollen, das haben wollen. Denn das hat mit Liebe überhaupt nichts zu tun. Das ist nur eine Bedürftigkeit des Egos, das sich mithilfe einer anderen Person weiter aufblähen möchte. Es möchte seinen Radius erweitern. Und das ist eine Art von Missbrauch. Sobald du sagst, ich brauche dich, ich muss dich haben, bist du ein bedürftiger Bettler. Und du bist ein Mensch, der einen anderen Menschen benutzt. Das hört sich hart an, aber es ist so. Aber wenn du sagst und sagen kannst, aus vollem Herzen, ich brauche dich nicht, aber ich freue mich von ganzem Herzen, dass du da bist, dann bist du erfüllt. Schon vorher. Und dann wird der andere Mensch dich anschauen mit strahlenden Augen und sagen, ja, danke, mir geht es genauso. Und das ist eine erfüllte Beziehung. Und du fühlst dich komplett. Und jetzt fühlst du dich vielleicht ein bisschen mehr geliebt, als sowieso schon, weil der andere Mensch wie ein Spiegel für dich fungiert und auch in der Lage ist, wahrhaftig und bedingungslos zu lieben, weil er oder sie sich selbst liebt. Und mit einem Mangelgefühl, wenn man das in sich trägt, kann man sich nicht selbst lieben. Da gibt es dann immer was zu kritisieren. Aber ohne das, also in der vollen Fülle, bist du frei. Du bist geliebt, du bist gesehen, du bist vollständig komplett und mit Glück findest du, was ich dir von Herzen wünsche, die passende Partnerin und den passenden Partner.